Hi, in diesem Video zeige ich dir schnell und einfach, wie du die ChatGPT Plugins erst für deinen Account aktivierst und dann installierst. Grundsätzlich musst du GPT Plus Nutzer sein, um die Plugins nutzen zu können. Das kostet derzeit 20 Dollar, also ungefähr 19,50 Euro pro Monat und wenn du eine Umsatzsteuer-ID hast und es gewerblich für dein Unternehmen nutzt, sparst du dir die Mehrwertsteuer, weil die Firma in den USA sitzt. Das gilt übrigens für die meisten KI-Tools, die es derzeit auf dem Markt gibt. Wenn du Plus Member bist, klickst du einfach unten links auf das Hamburger Menü und dann auf Settings. Hier klickst du dann auf Beta Features und aktivierst die Plugins. Dadurch schaltest du hier im Dropdown-Fenster die Plugins frei. Das klickst du dann an und danach auf No Plugins Enabled. Hier habe ich in dem Fall schon einige Plugins installiert. Bei dir sollte direkt der Reiter Plugins Store zu sehen sein. Wenn wir darauf klicken, öffnet sich das Fenster in eine neue Welt. Na ja, mehr oder weniger. Hier hast du die Auswahl zwischen über 600 Plugins. Im Suchfeld kannst du dann eine Kategorie deiner Wahl eingeben oder ein spezielles Plugin direkt suchen und anschließend auf Install klicken. Das Plugin wird dann deinem Account zugeordnet. Du lädst also nichts runter. Es gibt aber auch Plugin-Anbieter, bei denen du einen Account erstellen musst, um es nutzen zu können. Im Chat-Fenster kannst du dann drei Plugins pro Chat aktivieren. Hast du das erledigt, kannst du sie nach der ersten Prompt-Eingabe für das Fenster nicht mehr ändern. Du kannst dir also eine Reihe von Chat-Fenstern für die verschiedensten Ziele anlegen und Chat-GPT genau nach deinen Bedürfnissen in diesen Bereichen trainieren. Achte dabei darauf, dass man derzeit nur 25 Prompts alle drei Stunden mit GPT-4 eingeben kann. Das kann beim Rumspielen und Testen schnell erreicht sein. Wenn du dich mit mir oder anderen über KI-Themen austauschen willst oder wenn du spezifische Fragen hast, tritt gerne dem neuen Künstliche Intelligenz Deutschland Discord bei. Den Community Discord Server verlinke ich dir unter dem Video auf YouTube. Da können wir uns gerne austauschen und wenn dich Videos zu KI-Themen interessieren, abonniere gerne den Kanal. Hier werde ich in Zukunft Videos über meine Erfahrungen mit der Künstlichen Intelligenz veröffentlichen, die besten Tools vorstellen und so weiter. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren der Plugins. Wenn du weißt, was du eingeben musst, sind die Ergebnisse unglaublich gut.